So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, Battlefield 3 und MW3 sind raus und bei hier, ja, hier mache ich jetzt einfach mal weiter. Weil das ja auch mal fertig gemacht werden muss. Also es muss nicht unbedingt fertig gemacht werden, aber ich möchte die erste Staffel ja, wie schon erwähnt, schnell wie möglich fertig bringen. Und noch was, jetzt haben einige wieder so gesagt, äh, du cheatest ja wieder voll. Leute, habt ihr das nicht das letzte Mal bemerkt? Weil ich habe doch das letzte Mal extra, äh, gesagt, warum ich das Ganze hier tue. Und ich möchte jetzt hier ehrlich gesagt nicht unbedingt hier, äh, ja, nochmal das Ganze erklären, ja? Also, ne Leute, also erkundigt euch lieber bitte mal, bevor ihr irgendwas schreibt. So, jetzt gehen wir mal hier dabei runter, ohne Schaden irgendwie zu nehmen. Ich weiß, Leute, die Musik nervt. Toll. Okay, Knochenbrüche. Ja, gerade noch geschafft. Ist das so richtig? Ach, da fehlt ja noch. Ach, da fehlt ja noch eine Seite, verdammt. Ich dachte mir gerade so, das stimmt schon. Okay. Dann machen wir das doch einfach auch gleich mal. So, mehr Gold. Und jetzt regt euch bitte nicht auf, ja? Nehmt, äh, meine Wörter mal bitte zu Herzen, ja? Müsst du... Schäm dich! Ach, Kacke, mir soll ich da jetzt wieder weg? Ach, da, hier habe ich ja noch Platz. He, 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 he. So. Ich bin Goldgeil. So. Und schon sind wir wieder raus. Mal eben schnell ein anderes Lied rein. Mal schauen, was ich da noch so ein neues habe. Also ich muss jetzt sowieso mal eben schauen, ob ich hier noch was Neues habe. Äh, das ist neu. Ja. Was? Ne, ne, ne. Take me to the legends. Äh, keine Ahnung. Ja. Das ist Schwulenmusik, Leute. Ein Klassiker aus der damaligen Zeit. Jetzt komme ich wieder mit meinen Weisheiten aus der damaligen Zeit, Leute. Also gut zu hören. Close your eyes. Genau, so geht es. Also, ich habe echt keine Ahnung, wie das Lied geht. Also, nicht denken, dass ich so ein Fanatiker bin, ja? Like Brothers. Oh mein Gott, mein Singen ist so miserabel. Aber das sollten ja die einen oder anderen von euch wissen. Das heißt, was ich höchstens noch kann, wäre das Reimen. Und manchmal sogar Schleimen. So. Und es wird mal wieder Nacht. Ach, da ist ja mein Bett. Schnell. So. Gute Nacht. So. Sehr schön. Äh, was auch sehr viele bemerkt haben. Ähm. Ich habe jetzt, äh, ein paar Änderungen vorgenommen. Äh, nicht nur in Fraps. Sowohl auch in, äh, mein, ähm, ja, wie könnte man sagen? Ich habe, äh, ein neues Renderprogramm. Ne, warte mal. Das kommt weg. Und ja. Das weiß ich noch nicht, was ihr da hinmacht. Deswegen lasse ich es erstmal so. Also, ich muss noch einiges, einiges, einiges weg. Me to the legend. Äh, keine Ahnung, wie der Text schon wieder geht. Let's play Minecraft und auch viele andere Sachen. Das wird voll krachen. Manchmal wird eine Granate geworfen. Manchmal wird auch mal, äh, ja, Blöckchen gebaut. Und so weiter. Mein Refrain ist einfach nur beschissen bei diesem Lied. Ha, ha. Auch wenn es improvisiert ist. Oh, anderes Lied. Ich brauche eine gute, ja. Gutes Stimmungslied, ja. Nein. Nö. Yeah. Nein, Spaß. Komm schon. Yeah. Äh. Was? Wow. Hey. Okay. Äh. Nicht meine Schuld. Eigentlich wollte ich den Original mixen, aber naja. So, ich mach jetzt mal ein gescheites Lied hier. Yeah. Ey, mir crossing for the win. So. Drohiges Lied. So. Boah, ich muss hier voll viel Erde ausfüllen, Alter. So. Gut, dann füllen wir hier erstmal die ganze Erde aus. Alter, wie tief muss denn das gehen? Bäm, bäm, bäm. Ach, ne, jetzt wollen wir auch noch Erde. Ja, okay. Naja, hoffentlich ist dann die zweite Staffel nicht noch bald mal zu Ende hier. So. So. Ne, machen wir erstmal hier die Erde. So. So. Uppala. So. So. Also es könnte noch eine ziemlich lange Zeit dauern. Und so Singleplayer-Comments und dann so mit, äh, mit einer Schaufel irgendwie so zu markieren, damit ich dann hier so eine breite Dinge bekomme. Möchte ich nicht machen. Ähm, ja. Ich hab sogar schon einige Ideen gesammelt, äh, was ich jetzt, äh, auch in der zweiten Staffel so bauen könnte. Sagen will ich die jetzt allerdings nicht, weil das soll eine Überraschung sein. So. Also, ich werde jetzt hier definitiv, äh, äh, nur noch dieses Schloss hier bauen und danach werde ich, äh, ja, die erste Staffel beenden. Aber wenn ich bis dahin immer noch nicht 100 Parts, beziehungsweise halt über 100 Parts erreicht hab, ja, dann muss ich ja wohl nochmal irgendwie was hier in dieses Projekt einbauen. Ähm, was weiß ich leider noch nicht. Äh, ich denk mal, dabei ist halt irgendwie was, ja, das ist ja hier jetzt ein großes Projekt. Äh, ich weiß es noch nicht, ob... Ah, genau, genau. Wenn ich das dann, äh, hier noch nicht mit 100 Parts ausgefüllt hab, werde ich hier einfach noch ein Dörfchen dazu wollen, irgendwie da unten gelegen oder so. Ja. Ja, ja, da staunst du, war? Ja, nee, ne? Jetzt nix der auf einmal. Komische Tierwelt. Liegt so in der Natur, würde ich sagen. Ja, stimmt schon. Ja, anderes Lied, bitte. Nochmal anderes Lied. Ah, das ist gut. Ich dachte, das passt sogar diesmal zum Mittelalter. Ja. Könnte noch eine Weile dauern, Leute. Ich würde jetzt das noch, äh, ja, fünf, äh, fünf Minuten noch so weiter machen, will ich bis dahin noch nicht. das Ding fertig gemacht hab, dann werde ich jetzt einfach, äh, werde ich dann einfach einen Schnitt machen. Äh, und, ja, dann werde ich dabei das Offscreen machen. Ich hab mir schon noch ein bisschen was zu verzählen. Ähm, und zwar, ja, was soll ich denn verzählen? Ja, genau, äh, dass ich schon wieder gehatert worden bin. Also wirklich, äh, ich, ich hab eigentlich nichts gegen Hatern, aber, ich bin ganz ehrlich, bei so einem Kerl, der mich da, ja, sag ich mal, meinen Ruf irgendwie, halt irgendwie so zunichte gemacht hat. Also, das finde ich schon echt kindisch, von dem. Weil, erstens, ich hab mir noch nie was getan, und zweitens, ich hab ihm nur mal eben so einen Tipp gegeben. Also, was als Tipp, ich hab ihn halt mal so gesagt, äh, ja, dass das so und so ist, und so, und er kann halt keine Kritik vertragen, würde ich sagen. Da ist er halt irgendwie komisch geworden, und er hat halt gemeint, ja, komm, MW 2, äh, MW 3 Part 2, komm, da hat er mir mal mit meinen Homies, oder meinen anderen 1000 Kanälen, die ich zum Hatern hab, mach mal da einfach mal Daumen runter. Also wirklich, ey, wozu soll das bitte schon da sein, als Hater, dass ihr euch dann besser fühlt, oder was? Also, ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt hatern würde, also ich würde nicht glücklich werden, weil er dann sowieso weitermachen würde. Weißt du, wie ich mein? Also, der würde sowieso, äh, weitere Videos machen. Weil, äh, ich kenne zum Beispiel einen aus meiner Klasse, ja, ich bin noch in der beschissene Schule, leider, äh, der hat auch am Anfang Let's Place gemacht, aber der hat dann aufgehört, weil er so viele Daumen runter hatte. Und der hat sich halt auch einfach viel zu schnell aus dem Konzept gebracht, wisst ihr? Also, wenn ich halt meinen Daumen runter bekomme, ja, toll, nicht, natürlich ist das, äh, auch schade für mich, aber, es gehört halt auch dazu, zum Beispiel, ich muss jetzt natürlich wieder Gronkh reinziehen und so, aber es ist echt so, der bekommt auch manchmal 300 irgendwas Daumen runter und so. Und, der lässt sich ja auch nicht aus der Fassung bringen, oder? Also, warum soll das ich dann tun? Naja. Äh, ja, noch drei Minuten, ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Was ich auch mir schon für Pläne gesetzt habe, hier in die Richtung kommt dann, äh, der Ausweg, also hier kommt dann nochmal so ein Tor, da vorne hin oder so. Ähm, ja. Dann kommt da, äh, ja, da vorne kommt dann noch so ein Ding hin, äh, königlicher Garten, oder so. Und das führt dann direkt wieder, so Berggang runter, zu meinem Eingang. So. Noch zwei Minuten, ach Gott. Also, bei mir steht jetzt 18.18 Uhr, und, ja. Schneller, schneller, schneller. Ach ja, und seitdem stürzen bei mir die Framerates, ich meine, seitdem ich bei Fraps, äh, Half Sides eingegeben habe, das heißt, das ist halt die Grafik nur noch auf halb, ja, halb, äh, halber Grafik, genau so, sag mal. Und, ja, äh, ich brauche jetzt nochmal eben, Erde, und dann fülle ich hier mal die erste Ding aus. So. 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 Äh, jo. Gut, jetzt ist es nur noch eine Minute. Warum mache ich jetzt? Ach. Eigentlich wollte ich das hier so aushöhlen. weil ich möchte hier einfach, äh, keinen Dreckboden dabei haben. Da gehören dann sowieso noch, äh, ja, Fensterschen rein. Bam. Bam. So. Dann können hier mal die restlichen Scheiben rein. wie hoch das Teil wird, das weiß ich leider selber noch nicht. Äh, ich habe jetzt nur so grobe Ideen, wie ich das machen will oder so. Äh, ja. Gut, 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 gut. Äh, ja. Da mache ich hier mal eben ein Schnitt. Ich werde jetzt hier offscreen weiterarbeiten. Äh, und wenn ich dann die ganze Erde begradigt habe, dann mache ich wieder weiter. Also, reingeschauen und reingehauen. Vielen Dank.